Das neue Buch der Woche. Christoph Schlingensief mit seiner Leidensgeschichte. So schön wie hier kann es im Himmel gar nicht sein. Kiepenheuer & Witsch Verlag. Also der Christoph Schlingensief hat ja nicht erst seit seiner schweren Erkrankung mit Lungenkrebs alles private öffentlich gemacht. Das hat er immer schon. Er hat immer schon erzählt von seinem Privatleben, von seinem Lieben und Leiden, seinen Ängsten, Hoffnungen und er stand immer irgendwie im Mittelpunkt von allem, was er schrieb, machte und inszenierte. Sympathisch, wirr, gescheit, zerzaust, offen. Man kann und konnte sich dem gar nicht entziehen. Die Geister scheiden sich an ihn. Ich habe ihn eigentlich immer dafür gemocht und geliebt, wie er war. Und dann mit dieser Wucht, diese Krankheit. Lungenkrebs. Krebs haben viele. Haben, hatten, ich auch. Und mancher macht das alles öffentlich. Mancher behält es ganz und gar für sich. Manchmal muss man als öffentlicher Mensch, wie ich ja zum Teil auch einer bin, kleine Häppchen bekannt machen, damit einfach Ruhe ist. Bei mir damals hat die Bild-Zeitung dann noch wochenlang geschrieben, Elke kämpft ums Überleben. Da habe ich längst schon wieder gearbeitet, war aus dem Krankenhaus raus. Aber man muss in so Bröckchen hinschmeißen, dann hat man seine Ruhe und dann fragt keiner mehr. Ja, er macht das anders hier. Schlingensief lässt uns alles wissen. Alles vom ersten Moment an. Alle Schmerzen, jeden Husten, seine Verzweiflung, seinen Zorn. Es gab sofort ein Theaterstück dazu, das zugleich fasziniert und abschreckt. Und eben jetzt ein Buch, ein sehr privates, das Krankentagebuch ist dieses hier. So schön wie hier kann es im Himmel gar nicht sein. Und der Titel sagt uns ja schon alles. Hier will einer unbedingt weiterleben und nicht im Jenseits mit irgendwelchen Engelchen auf einer Wolke sitzen und Trusianna singen. Der klammert sich an die Welt, an das Leben. Und wir wollen ja alle leben und müssen doch einsehen, dass wir sterblich sind und manchmal krank werden und dass wir loslassen müssen. Aber nicht mal die große Susan Sonntag hat das gekonnt. Wir haben ja das Buch von David Reef, ihrem Sohn, über Susan Sonntags sterben, auch schon vorgestellt in dieser Sendung. Schlingensief kann auch nicht loslassen. Und er hat immer fortgeschrien und gefragt, warum ich? Davon ist er jetzt runter. Er hat begriffen, warum nicht auch mal ich? Es passiert allen. Es erreicht auch einen selber und nicht immer nur die anderen. Aber er ist trotzdem fassungslos vor Entsetzen, dass es ihn, diesen quirligen Wirbelwind, jetzt auch getroffen hat und so zurückgeworfen. Operationen, Chemotherapie, Bestrahlung, Rückfall, die ganze elende Palette, die jeder, der diese Krankheit hat, durchmachen muss und eben sehr unterschiedlich erträgt mit, je nach Temperament. Das Buch ist, ganz ehrlich gesagt, sehr bewegend. Es liest sich spannend hintereinander weg und es ist zugleich natürlich unerträglich als Leidensgeschichte. Es ist wehleidig, es ist komisch, es ist rührend, es ist mitleiderregend und manchmal möchte man ihm auch einfach nur eine schmieren und sagen, gib doch mal Ruhe. Er ist kühn. Er lässt wirklich alles, alles raus, was ihn bewegt und woran er nicht ersticken will. Und er sagt, hier, well, lies, was ich leide und er wütet. Wo ist Gott? Passt Gott nicht auf auf mich? Wir wissen, Gott hat schon auf ganz andere Dinge in dieser Welt nicht aufgepasst. Schlingen Sie fürs Klug genug, bei dieser ganzen Raserei zu wissen, es ist wie mit Hiob in der Bibel. Was kommt, muss man annehmen, es bleibt einem ja gar nichts anderes übrig. Er nimmt es an, er wehrt sich, er flucht, er weint, er schreit. Ihm ist nichts zu peinlich, um es auszusprechen. Ich muss beim Lesen immer denken an seine Parsifal-Inszenierung, damals in Bayreuth. Da irrt einer rum, such den Gral, also such die Erlösung. Und die ganze Bühne ist voll mit dem Plunder, in dem wir leben. Und Erlösung ist entweder in einem selbst oder ist gar nicht. Wir wissen so wenig wie Christoph Schlingensief, ob er gesund wird. Wir wünschen es ihm und wir lesen dieses Buch und sind da ganz eng bei ihm. Erlösung ist ein Buch.